Hi Leute, was geht ab? Krypto Marco hier und heute reden wir über Mobius, der ja einen der spektakulärsten ICOs von 2018 bis jetzt hingelegt hat mit 35 Millionen eingenommenen Dollarn. Und viele von euch fragen mich und Ila ja, was sind interessante ICOs, was sind Coins, die sich lohnen? Und da haben wir uns einfach überlegt, eine Facebook-Gruppe für alle Enthusiasten von Kryptowährungen zu öffnen, wo du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst und die neuesten Trends erfährst. Sie heißt ICO Deutschland und Kryptowährungen in Mastermind, also wenn du Interesse hast, dann kannst du gerne beitreten. Link findest du in der Beschreibung und im gepinnten Kommentar. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an. Wie immer gilt, dieses Video ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Wenn es dir gefällt, lass ein Like da und unter allen Leuten, die kommentieren, verlose ich jeden Tag ein bisschen Litecoin. Das Market Cap hat sich seit gestern nicht viel verändert, deshalb werde ich auch die Marktanalyse heute kurz halten. Was ich überraschend finde, ist, dass Sirian Labs so aus dem Nichts nach oben geschossen ist. Ist vielleicht für ein zukünftiges Video interessant. Aber ansonsten sehen wir, dass es heute ein durchwachsener Tag ist. Also der Kryptomarkt zeigt sich mal wieder von so einer launischen Seite. Man darf auch nicht vergessen, dass vor ein paar Monaten war die Marktkapitalisierung vom ganzen Markt 200 Milliarden und jetzt macht es alleine Bitcoin. Also trotzdem nichts, warum er sich jetzt großartig Sorgen machen müsste. Seit dem 17. Januar hat sich ja enorm viel wieder verbessert. Also hier war eine unfassbar gute Gelegenheit, um einzusteigen. Habe ich auch in meinem Video gesagt. Bitcoin Dominanz heute 34,7%. Also nichts Spektakuläres. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu Mobius Connecting the World to the Blockchain Ecosystem. Mobius ist eine von diesen Plattformen, die man meiner Meinung nach nicht in ein paar Minuten durchgucken kann. Also da muss man sich wirklich reinfuchsen. Das habe ich gemacht und möchte euch das Ergebnis präsentieren. Also Mobius schreibt sich auf die Fahne, die Blockchain zu der echten Welt zu bringen, beziehungsweise die Erleichterung, das Integrieren von der echten Welt, so wie es wir kennen, auf die Blockchain zu erleichtern. Und da ist ein Pfeiler, einer von drei Pfeilern, ist da das dezentralisierte App-System, die dezentralisierten Apps, also der Store. Ähnlich wie der Apple Store oder auch Google Play sollen dezentralisierte Apps angeboten werden auf Mobius. Und das Ganze soll den Vorteil natürlich haben, in erster Linie, dass natürlich die Dezentralisierbarkeit, das ist etwas, was ich jetzt nicht großartig erklären sollte. Ich glaube, die meisten, die meinen Channel verfolgen, wissen, was es ist. Und natürlich auch finanzielle Anreize für App-Entwickler macht es einfach mehr Sinn, da sie weniger Anteile abgeben müssen an Apple oder auch Google. Hier wird das Ganze auf deren White Paper bildlich dargestellt, visualisiert. Marktteilnehmer treten den dezentralisierten App-Store bei. Entwickler werden zum Mitmachen angeregt. Dies sorgt dafür, dass es höheres Volumen und eine höhere Marktpartizipation gibt im App-Store. Und diese höhere Qualität sorgt dann dafür, dass mehr Entwickler dem Depp-Store beitreten. Und das Ganze soll dann so eine Art Kreislauf sein. Das ist jedenfalls die Theorie dahinter. Also integrieren von jeden Tokens in bestehende Apps, bestehende Anwendungen oder Daten einfach mit Smart Contracts auf der Blockchain verbinden und die Mobius App für In-App-Zahlungen im Depp-Store benutzen. Also das sind jetzt ein paar Apps, die es da gibt. Und wenn man sich das Ganze anschaut, sehr interessant finde ich hier den Coin Racer, wo man darauf wetten kann, welche Coin sich am besten entwickelt. Ist auf jeden Fall eine nette Idee. Oder auch hier sieht man auch schon ganz gut visuell, das ist eine Mietplattform, auf der man sich Fläche mieten kann für die Werbung auf der Mobius App. Aber man sieht hier enorm viel Freiflächen, also besonders viel wird der dezentralisierte App-Store wohl nicht genutzt. Das kann sich natürlich ändern in nächster Zeit, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Konkurrenz bei App-Stores, das gibt auf der Blockchain auch andere Unternehmen, die sich ja auch für die dezentralisierten Apps auch spezialisiert haben. Ich bin zum Beispiel auch auf Instagram angesprochen worden, Marco, wie findest du den App-Coin? Lisk ist da auch noch dabei. Also das ist auf jeden Fall ein Metier, wo Mobius nicht alleine dasteht. Und ein weiterer Pfeiler ist auch das Proof-of-Stake-Oracle-Protokoll, was sogar patentiert worden ist von den Mobius-Machern. Smart Supply Chain Management, Internet of Things zum Beispiel, autonomes Fahren soll bereitgestellt werden, kann für die nächste Blockchain-Generation Fintech, also Finanztechnologie, helfen. Im White Paper wird das Ganze so dargestellt, also ein kleines Beispiel, wenn du zum Beispiel irgendwie ein Feld hast, weil du halt ein Farmer bist, dann kannst du auf diesem Feld eine Wetterstation aufstellen, die zum Beispiel dieses Oracle-Protokoll nutzt. Daten werden für den Smart Market, zu dem ich noch später komme, bereitgestellt. Dort werden sie aufbereitet und anonymisiert in Smart-Kontrakte eingespeichert. Diese lösen wiederum ein Mobius-Payment aus, also du wirst für deine Daten entlohnt in Form von Mobius. Diese kommen dann auf den Smart Market und natürlich diese finanzielle Entlohnung sorgt für einen Anreiz, diese Daten noch einmal bereitzustellen. Und da das Ganze natürlich auf der Stellar Lumens Blockchain basiert, ist ein hoher Umsatz da möglich. Da gibt es noch die Machine-to-Machine Micropayments für den Smart Market-Protokolle, die es intelligenten Geräten ermöglichen, Ressourcen zu teilen und Zahlungen zu leisten. Also wie ihr ja alle wisst, Machine-to-Machine ist gerade extrem beliebt in der Kryptowelt. IOTA ist nicht die einzige Kryptounternehmung, die Machine-to-Machine macht. Reduziert die kognitive Belastung für den Endnutzer, ganz klar, weil das ja auf die Maschinen ausgelastet wird. Und Echtzeit-Micropayments zwischen intelligenten Geräten, Oracle, werden durch die niedrigen Transaktionskosten vom Mobius-Protokoll ermöglicht. Niedrige Transaktionskosten haben wir vorhin angesprochen, also günstiger als 99,9% der Tokens, die es derzeit gibt. Für jeden einen Dollar, den Mobius ausgibt, können 400.000 Transaktionen getätigt werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und auch die Transaktionen pro Sekunde sind ein wahrer Gaumenschmaus für jeden Kryptofreund da draußen. Da ist gerade auf meinem Litecoin-Wallet Geld angekommen. Also 1.000 Transaktionen pro Sekunde im Vergleich zu den 7 bis 14 Transaktionen auf Ethereum oder ERC20-Tokens ist es natürlich sehr viel schneller. Wir schauen jetzt das Team an von Oracle. Es sind tatsächlich nur drei Leute, die im Team sind. Kennen Sie also alle von Stanford akademische Gerade bekommen? Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie sich auch dort kennengelernt haben. Im Prinzip haben Sie durchaus Erfahrung, vor allem das Resümee vom guten David Gow baut. Liest sich sehr beeindruckend. Harvard, Stanford. Allerdings muss man sagen, ist das hier, was jedenfalls LinkedIn angeht, es scheint die erste Blockchain-Unternehmung von diesen Jungs zu sein. Und die haben zu dritt, wie ich noch später erwähnen werde, 35 Millionen Dollar eingenommen. Da frage ich mich, ob das Ganze wirklich verhältnismäßig ist. Also Blockchain hin oder her. Es ist auch eine super Idee, was Mobius da versucht zu machen. Aber für drei Leute so eine Summe sei mal dahingestellt. Ansonsten, was den Beratungsstab angeht, haben wir hier den Jet McCaleb, der der Co-Founder von Stellar und Ripple ist. Also ein echter Star von unter den Beratern. Chen Lagu, einer der größten Bitcoin-Miner in China. Und Jackson Palmer, den Erfinder von Dogecoin. Ansonsten, was ich noch wichtig zu erwähnen fand, war, dass Mobius, was Social Media angeht und Marketing angeht, im Vergleich zu anderen Kryptowährungen doch weit hinterher hinkt. Auf Twitter nicht so viele, auf Facebook genauso wenig. Aber das muss jetzt kein schlechtes Zeichen unbedingt sein. Es ist für mich mehr ein Signal, weil eine gute Idee ist das eine, aber Marketing ist natürlich was ganz anderes, denn die gute Idee muss auch verbreitet werden. Und im Endeffekt sogar ein narrensicheres Mittel gegen Krebs muss auch am Ende irgendwie vermarktet werden, damit es sich gut verkauft. Deshalb ist es für mich einfach nur auch eine Art Signal, der mir halt zeigt, wie das Unternehmen Marketing für sich selber sieht. Wir sehen auch, dass Mobius ganz, ganz, ganz frisch auf dem CoinMarketCap gelistet ist. Und meiner Meinung nach, also mein Resümee zu Mobius ist, dass ich es für ein enorm ambitioniertes Projekt halte, aber große Zweifel daran habe, ob drei Leute diese riesen Ambitionen wirklich erfüllen können. Es ist durchaus möglich, dass noch mehr Leute zu dem Projekt dazukommen. Es scheint aktuell ein sehr familiäres und kleines Team zu sein. Was Blockchain angeht, kann man eigentlich nicht genug Entwickler haben. Allerdings, was ich aus einer spekulativen Sicht interessant finde, ist die aktuelle Buying Opportunity, denn beim ICO, wo ja so viel Geld eingenommen wurde von Mobius, hat ja ein Token ungefähr 16 Cent gekostet. Und aktuell sind wir gerade mal bei 31, also knapp eine Verdopplung, aber nichtsdestotrotz eine durchaus günstige Gelegenheit, bei Mobius einzusteigen. Und ich kann es nicht oft genug erwähnen, es ist meine persönliche Meinung. Und Kryptowährungen sind ein spekulatives Anlagegut. 2% von deinem Nettoeinkommen sollten, wenn du spekulieren möchtest, in Kryptowährungen fließen. Das bedeutet, bei 2.000 Euro monatlich sollten 40 Euro in Kryptowährungen reingehen. Sollten, kein Muss, wer spekulieren möchte. Man sollte niemals Geld investieren, was man nicht auch bereit ist zu verlieren. Ganz, ganz wichtig, wir sind alle erwachsen und für unsere eigenen Investitionen verantwortlich. Wer allerdings in Mobius investieren möchte, und das werde ich mir wirklich überlegen, weil ich denke, aktuell ist eine gute Warn-Opportunity vorhanden. Und Mobius hat wirklich das Zeug dazu, schnell zu steigen, weil ich auch denke, dass der dezentralisierte App-Markt in Zukunft deutlich mehr Bedeutung bekommen wird als jetzt. Muss man auf dem Stellar-Exchange das Ganze machen, also sich mit Stellar ein bisschen auseinandersetzen. Wenn man in Mobius investieren möchte, da sieht man auch, dass Mobius hier zu haben ist. Das als kleine Randnotiz. So, und dann kommen wir zum Give-Away vom Video von gestern. Meine Güte, habe ich mich erschrocken, als das angekommen ist. 71 Kommentare, und wir gucken mal, wer gezogen wird. Thomas D., danke für die Infos, danke dir, lieber Thomas. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die zuschauen. Ansonsten hoffe ich, dass du viel Erfolg beim Traden hast, und wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!